Auch der stärkste Markt braucht mal eine Pause, auch wenn die noch nicht mal so richtig runter geht aktuell, aber zumindest mal scheint der Schwung nach oben ein bisschen nachzulassen. Ihr seht hier den DAX, in dem Fall den Future, wenn ihr das hier im 5-Minuten-Chart seht, es ist immer eigentlich noch eine Aufwärtsbewegung. Ihr könnt das so ein bisschen abmachen daran oder ausmachen daran, dass hier die Tiefs immer noch steigend sind, die Hochs immer noch irgendwie steigend sind. Also insofern, ja, es ist noch Aufwärtsbewegung, aber eigentlich, wenn ich euch dieses Teilstück präsentieren würde, würdet ihr sagen, das sieht einigermaßen korrektiv aus. Warum? Naja, wegen dieser vielen Kursüberschneidungen. Das ist meistens nicht so ein tolles Zeichen für eine Trendrichtung und man hat so ein bisschen den Eindruck, ist das teilweise hier dreiwellig? Hier zum Beispiel hätte man fast gesagt dreiwellig, auch hier kommt man vielleicht so auf die Idee, ist das dreiwellig? Also irgendwie hat man den Eindruck, das sieht korrektiv aus, aber es ist in Trendrichtung, denn wir wissen, das ist aufwärts und wir wissen, die Aufwärtsbewegung ist ja der Trend der letzten Wochen, kann man sagen, gewesen. Insofern in Trendrichtung, aber korrektiv. Das klingt eigenartig, tatsächlich gibt es eine Korrektur in Trendrichtung nicht, aber, also zumindest keine vollständige Korrektur, höchstens eine mittlere Bewegung sozusagen, aber es gibt etwas, was so ähnlich aussieht wie eine Korrektur, aber in Trendrichtung geht. Das ist beispielsweise etwas, was wir Ending Diogenel nennen. Das ist eine Bewegung, die sozusagen am Ende einer Trendrichtung steht. Das heißt jetzt nicht, dass das, was wir hier jetzt im Fünf-Minuten-Chart sehen, automatisch bedeutet, oh Gott, oh Gott, jetzt geht es doch nochmal runter auf 10.000 und tiefer. Nein, das bedeutet aber, dass vorläufig diese Bewegung, die wir hier haben, jetzt mal eine Pause braucht. Die kann durchaus vielleicht nur sogar so groß sein. Nochmal so zur Erinnerung, das waren von 900 auf 500, also so 400 Punkte runter. Das könnte sogar, das würde ich fast sympathischer finden, in dieser Größenordnung sein. Und mit sympathischer meine ich natürlich nicht, dass ich euch das nicht gönne, wenn ihr Gewinne macht, wenn ihr long seid. Aber es wäre charttechnisch eigentlich so das typischere Bild. Wir erinnern uns, dann haben wir dieses Fünffällige hier im Großen, hier im Kleinen, 1, 2, 3, 4, 5, irgendwie was. Und dann hier vielleicht wieder im Großen. Und anschließend würde ich ja sogar nochmal davon ausgehen, dass es weiter nach oben geht. Aber ihr seht schon, im Moment würde ich sagen, sind die Chancen für den DAX mal eine Pause zu machen relativ groß. Zumindest sehen das die Marktteilnehmer hier so. Sie haben nicht mehr die gleiche Begeisterung und deshalb steht eine Pause an. Wie groß die Pause ist, das kann man nur erahnen, das kann man nur grob abschätzen. Also das soll jetzt kein Versprechen sein, dass diese in dieser Größenordnung ist, nur weil es hier vorne ganz gut passen würde. Nein, das kann man so natürlich nicht sagen. Aber wir dürfen auch nicht überrascht sein, wenn die Pause ungefähr so groß ist. Was kann man machen? So ähnlich hatten wir das beim DAO vor einiger Zeit schon mal gemacht. Wir machen das hier mal gemeinsam. Man kann mal messen, wie lang waren denn typische, na jetzt habe ich mich auch noch verklickt hier, wie lang waren denn typische Rücksetzer in dieser Aufwärtsbewegung und kann dann sagen, okay, wenn das typisch war, so in dieser Größenordnung, dann sollten wir ja nicht total überrascht sein, wenn sowas nochmal eintritt. So, dann kommen wir ungefähr so. Das sind so ähnliche Größen. Wir können nochmal diese hier nehmen. Die ist jetzt hier ganz offensichtlich eine Nummer größer. Dann führt die uns hier hin. Dann seht ihr schon, dass es jetzt ein gewisses Cluster gibt. Viele glauben, da liegt eine Linie, da muss der Markt jetzt drehen. Aus meiner Sicht ist das sehr gefährlich, so wird eine Aussage zu fällen. Aber wenn viele Marken auf ähnlichem Niveau liegen, ist natürlich die Chance, dass viele Marktteilnehmer hier gemeinsam drauf gucken und sagen, mal gucken, was wir hier draus machen, die Wahrscheinlichkeit wird natürlich dann größer. Also insofern, ich sehe eine gewisse Chance, dass der Markt, wenn er hier hinfällt oder hier hinfällt, dann auf eine Unterstützung kommt. Aber kleinere Unterstützung, naja gut, es gab natürlich noch eine ganze Reihe kleinere Korrekturen. Ausschließen mag ich das jetzt hier nicht. Wenn ihr euch für so eine Situation fürchtet, solltet ihr überlegen, die Stops enger nachzuziehen. Zum Beispiel auf die Unterseiten der Tiefs, im 4-Stunden-Chart beispielsweise, 14.260, das jetzt auf dem Future gemessen. Ihr müsst das, je nachdem, welche Kontrakte ihr handelt, oder 276, so um den Dreh hier. Das lässt sich im Chart, schaut bitte euren eigenen Chart an, je nachdem, welche Kontrakte ihr hier handelt, relativ leicht nachvollziehen. Man kann natürlich auch die etwas einfache Variante für die Faulen nehmen, dass ihr hier irgendeinen Nachziehmechanismus nutzt, zum Beispiel Supertrend, na vorsichtig, Supertrend, das ist sowas hier. Dann habt ihr immer so Punkte auf der Unterseite und könnt sagen, okay, da wo die jetzt liegen, da stoppe ich. Aber ihr seht schon, dieser hier ist jetzt nicht ganz optimal, weil der ist relativ weit weg von oben, aber relativ dicht da, wo ich ja eh eine Chance sehe, dass der Kurs wieder dreht. Finde ich also nicht ganz so toll. Also entweder weiter weg, um diesen Rücksetzer zu überleben, oder dich da dran, um möglichst viel abzusichern. Beides ist grundsätzlich mal in Ordnung als Überlegung, aber der hier ist so ein bisschen mittelmäßig im buchstäblichen Sinn. Der Parabolik ist zumindest schon mal höher und würde auch möglicherweise noch mal ein bisschen enger ranziehen. Mal gucken, also aber im Moment jetzt erstmal sind wir da bei 14.200. Ja, ich gucke es mal genau. Aber wie gesagt, das sind die Future-Kurse. Das müsst ihr gegebenenfalls, je nachdem, was ihr handelt, CFDs, ob ihr, naja, wie auch immer ihr unterwegs seid, ob ihr den Future-Handel, CFDs oder irgendwelche anderen Kontrakte da drauf, müsstet ihr das gucken. Der steht im Moment bei 14.227. Ihr könnt das natürlich gerne auch in eurem eigenen Chart, das könnt ihr ja anzeigen lassen, das ist ja völlig unkritisch. Dann habt ihr das parallel auch noch mal da. Oder ihr geht natürlich auf eine noch kleinere Ebene und sucht hier eben die Zwischentiefs beispielsweise oder irgendwelche anderen Nachziehmechanismen. Aber ihr seht schon, der ist zu eng hier im 5-Minuten-Chart. Der hätte euch ja hier schon tausendmal rausgeholt. Warum soll der jetzt besser sein? Naja gut, hier hätte er ja sogar auch schon rausgeholt. Also ihr seht, ihr könnt immer so ein bisschen gucken, was will ich, wie hat dieses in der Vergangenheit bei dem geklappt, was ich eigentlich haben will. Und wenn das in der Vergangenheit nur so mäßig funktioniert hat, dann dürftet ihr nicht erwarten, dass es dann jetzt viel, viel besser ist. Also insofern ist das so ein bisschen Orientierungspunkt. Für die ganz kurzfristigen unter euch, 5-Minuten-Chart macht noch keinen ganz schlechten Eindruck hier. Zumindest mal ist diese Bewegung im Verhältnis zu dieser noch einigermaßen stark. Das heißt, für die, die auch mal Restposten noch mal kaufen wollen, und so ein bisschen können wir doch noch vielleicht machen, wären solche Brüche, also so Zwischenhochs, sicherlich Brüche, um noch mal in die Trendrichtung zu gehen. Also das, was vorher stark war, denn das ist ja offensichtlich hier korrektiv. Also solche Hochmarken hier laden dann ein. Ich habe das gestern ein bisschen genauer beleuchtet, wo man das stoppt, wo man reingeht. Das will ich jetzt hier nicht wieder breittreten, aber diese Marke hier jetzt in etwa, diese Zwischenhochmarken. Und wer jetzt sagt, sagt doch mal die genaue Zahl. Ich weiß nicht, ob ihr den Future exakt auch handelt, aber das will ich natürlich gerne machen. Zum Beispiel 14.407, also bei 8. Aber wohlgemerkt, das sind Future-Kurse. Ihr müsst das auf euren Kontrakt natürlich ansetzen. Oder ihr macht das, ihr sagt, ich gucke, was der Future macht. Und immer wenn der Future das triggert, dann kaufe ich den jeweiligen Kontrakt, den ich gerne mag. Beim DAO sieht es grundsätzlich ähnlicher aus. Ihr seht auch hier die Aufwärtsbewegung so ein bisschen. So ein bisschen ins Stocken gekommen hier, was wir hier haben. So ein Teilen hat man auch den Eindruck, aufwärts geht ja noch einigermaßen. Sieht aber auch schon so latent dreiwellig aus. Allerdings muss man dazu sagen, die Abwärtsseite ist auch noch nicht stark. Also man sieht noch nicht, dass die Bären die Überhand haben. Das ist noch zu dezent, was wir hier sehen. Also insofern wären auch hier die Oberseiten, also die letzte Zwischenhoch, immer dran hängen, tief, tief davor, jetzt hoch dazwischen, wären möglich. Jetzt schwecker für die Longseite. Der Stopp ist ja dann relativ eng und wenn es läuft, ist super. Wenn es nicht läuft, nachziehen mit der Zeit. Also wenn es wenigstens ein bisschen gelaufen ist, kann man zumindest schon mal ein bisschen verjüngen hier den Stopp. Also da hat man relativ übersichtliche Risiken. Denn ihr dürft ja nicht vergessen, immer liegt man damit nicht richtig, aber eben ganz häufig. Für all diejenigen, die es mitverfolgen, wir haben sogar einen 4-Stunden-Chart hier in Bornbar. Also insofern, der lässt beide Richtungen offen. Also für einen Ausbruch nach oben, für nochmal einen Long, Ausbruch nach unten, für nochmal einen Short. Ihr kennt das Ganze, wenn ihr hier bei Born4Trading mit dabei seid, dann sowieso. Ansonsten als kleine Orientierungshilfe, wenn ihr euch dafür nicht so sehr interessiert, ist es zumindest mal ein ganz gutes Zeichen, dass im Anschluss erstmal so ein bisschen eine schnelle Fortsetzung passiert. Das klappt nicht immer, aber relativ häufig. So, beim S&P sieht es gar nicht so schlecht aus, hat man den Eindruck, zumindest mal ist der, auf den ersten Blick hat man den Eindruck, dass S&P und Nasdaq viel besser unterwegs sind. Man muss allerdings dazu sagen, die hatten in der jüngeren Vergangenheit die schlechtere Entwicklung. Insofern haben die noch ein bisschen was nachzuholen. Zum Beispiel die Trendlinie, die Fallene, die liegt ja noch ein bisschen entfernt. Wenn die tatsächlich noch jetzt bald angesteuert wird, aktuell liegt die am heutigen Tag, liegt sie bei 4.150 in etwa. Die nimmt natürlich jeden Tag ab. Also wenn wir noch ein paar Tage warten, Ende der Woche irgendwann, oder wo es auch immer genau ist, hier Ende der Woche liegt sie dann vielleicht schon bei 4.140. Also sie nimmt halt ab. Aber demnach hätten wir noch so ein bisschen Platz auf dem Weg nach oben. Und wir sehen, dass der S&P ähnlich wie der Dow ja doch eher etwas hat. Manche sagen auch Bullenflaggen dazu. Also eine relativ starke Aufwärtsbewegung hier. Im Nachthandel ging es auch aufwärts. Da war es noch nicht so deutlich. Jetzt hier tagsüber auf jeden Fall. Datenlage sowieso. Und anschließend jetzt hier der relativ wackelige Rücksetzer. Das macht eigentlich einen ganz guten Eindruck, dass Trigger auf der Oberseite eben nochmal für die Longseite gelten. Also noch ist nicht das Ende angesagt, insbesondere bei den Amerikanern, insbesondere beim Breiten und beim Tech-Markt. Da sind die Chancen noch relativ groß, dass die Bewegung sich doch nochmal nach oben fortsetzen will. Halte ich zumindest mal für sehr realistisch. Und ihr seht es auch hier beim Nasdaq. Eine Flaggenformation hier. Sowas in der Richtung haben wir hier ebenfalls. Also wir können mal in Minute reingehen. Vielleicht sieht man es da noch ein klein bisschen besser. Ich weiß es nicht. Man sieht man da die Struktur. Guckt mal das. Und guckt die wackelige Seite hier an. Und guckt mal das. Und guckt mal die wackelige Seite hier an. Immer diese Zwischenhochs hier. Letzte, tiefvorletzte. Wären mögliche Long-Einstiege. Leider werdet ihr das nicht mehr zeitnah mitkriegen, bis ihr das Video sehen könnt. Ist die Situation rum. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Einstieg wird. Aber die Logik, zumindest mal mit starker Bewegung, schwacher Bewegung und dann die Fortsetzung am wahrscheinlichen oder möglichen realistischen Ende der Korrektur, nämlich diese Zwischenhochs, wenn die gebrochen werden, das macht meistens einen ganz guten Eindruck. So, in diesem Sinne. Der DAX also so ein bisschen im Pause-Modus. Aber man darf nicht vergessen, anders als die Amerikaner, hat er ordentlich vorgelegt. Die Amerikaner ziehen jetzt so halbwegs hinterher. Jetzt ziehen insbesondere der Breitemarkt, S&P 500 und der Nasdaq hinterher. Noch sind es dort eher die Long-Signale, die wir da sehen. Also ein bisschen Platz hätten wir da noch nach oben. Und solange es solche korrektiven Rücksetzer gibt, sind das nochmal Einladungen für die Long-Seite. Erst wenn es scharf nach unten geht und wackelig im Gegensatz nach oben. Also dieses Bild, dreht das einfach mal um sozusagen. Wenn es dann umgekehrt aussieht, dann wisst ihr, oh, dann wechselt die Richtung. Solange macht das aber noch den Eindruck für die Long-Seite. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr das Beste aus den aktuellen Märkten rausholt. Drücke euch dafür die Daumen und zack, toi, toi, toi. Bis bald. Ciao, ciao.